hallo ihr lieben ja wie gestern schon angekündigt ist ja jetzt nur leider meine speicherkarte kaputt aber ja da ich euch jetzt nicht zu lange auf die folter spannen wollte mit einem neuen video mache ich das jetzt mit dem handy ich hoffe das geht auch so aber so sich besser so ok und zwar drehe ich nun das update ab zu dem achten gemeinsamen lebensmonat weil da hänge ich davon ganz schön hinterher und da ich weiß wann ich jetzt genau eine neue speicherkarte bekommen ja mache ich das jetzt weil das wäre sonst ein bisschen doof ich muss auch von da rein zu gucken ok ja der achte gemeinsame lebensmonat wie ist der abgelaufen und zwar war es so dass er es jetzt schon sehr gut beherrscht sich von der von die rechten auf die auf die linke seite zu drehen und so weiter das kann er super er kann sich auf den bauch wollen er kann sich auf den rücken wollen das schafft er auch schon ganz gut ja was kann er denn noch so besser gut er kann greifen also das kannte ja schon die ganze zeit über er kommt immer besser damit klar sachen wirklich richtig festzuhalten und er weiß auch immer besser was man mit zum beispiel was man mit mit einer trinkflasche machen kann zum beispiel trinken gut ist nicht so schwer also das kann er schon ganz gut er hebt sie auch an und versucht sie also zum mund zu führen aber er kann sie noch nicht so hochheben und dann halt daraus trinken er halt hatte dann halt so und versucht daraus zu trinken ganz putzig er brabbelt mehr und mehr was er erzählt schon teilweise richtig geschichten er entwickelt jetzt mittlerweile so seinen eigenen willen er zeigt mir oder er zeigt uns schon wenn ihm irgendwas nicht gefällt er kann dann auch schon richtig schimpfen und er freut sich einfach so süß über irgendwelche sachen wenn man irgendwelche fratzen macht oder sowas da geht schon das herz auf und das finde ich dann immer ganz toll wenn er dann anfängt zu lachen und sich einfach über irgendwas freut und wenn nur ein blatt vorbeifliegt oder sowas und er findet es in dem moment witzig dann ist es einfach witzig das ist ganz schön er ist immer noch gerne seine gläschen von alete und und ähm ja leider sind wir äh zu dem achten monat also die für den achten monat gedacht sind zu den lesen sind wir noch nicht durchgedrungen weil die isst er nicht so gerne weil da ja schon so kleine äh bröckchen mit dabei sind und die mag er nicht die spuckt er aus und deswegen da muss ich ihn wahrscheinlich noch ein bisschen besser dran gewöhnen ansonsten ist er eigentlich fast alles ja auch süßigkeiten soweit man das halt sagen kann also wenn die großen dann halt süßigkeiten essen und so dann ist er da auch gern mal ein bisschen gummibärchen oder sowas mit da sind wir natürlich dabei und das machen ihm auch ganz klein und dann ist er das ganz gern mal ja ansonsten wie vieler wiegt weiß ich jetzt nicht genau er ist jetzt glaube ich 75 cm glaube ich ja 75 cm ist er jetzt groß oder sogar schon ein bisschen größer das weiß ich jetzt nicht genau ja er versucht schon so ein bisschen zu robben also krabbeln das ist jetzt noch nicht angesagt aber er versucht sich schon so ein bisschen nach vorne zu robben das macht er schon und sitzen frei das funktioniert noch nicht aber er ist jetzt schon im geh frei sitzt da jetzt schon drin immer mal für eine gewisse zeit und ja da kann er sich auch schon ganz toll fortbewegen am anfang ging es halt nur so rückwärts aber jetzt geht es auch langsam vorwärts und zur seite und jetzt wird es interessant weil er ist jetzt in einer ganz anderen perspektive als wenn er auf dem arm ist oder eben auf seiner krabbeldecke oder am laufstall also das findet er immer ganz toll weil er kann da so ein bisschen mithalten mit seinen großen geschwistern und kann auch gucken was sie da so machen und versucht dann halt mit zu spielen und klar ist noch klein und ja die großen können noch nicht so wirklich wie mit dem anfang aber funktioniert ganz gut auch kind und hund funktioniert super ich meine der hund kennt ihr schon seit über acht wochen ist und er war ja schon ja leider gottes eigentlich ganz früh bei uns diese blöde geschichte will ich jetzt auch nicht näher darauf eingehen aber es ist halt so ich weiß man sollte hunde erst vom züchterhund wenn sie zwölf wochen alt sind aber das gehört jetzt eigentlich auch nicht zum update deswegen keine bösen kommentare es hat seine gründe ja und von daher der hund hat alle kinder ins herz geschossen geschlossen aber den kleinen ganz besonders ja ansonsten gibt es auch gar nicht viel zu erzählen und ich glaube er wacht gerade auf und er fängt an zu meckern deswegen beende ich auch an dieser stelle das video und würde sagen wir sehen uns oder ihr seht mich im nächsten video ich hoffe ich denke noch nicht mit speicherkarte aber dann machen wir es eben weiter mit handy ich denke das ist zu verkraften und ihr könnt mich abonnieren auf instagram und auf facebook und überhaupt könnt nicht abonnieren ihr könnt mir da folgen ihr könnt mir da folgen und abonnieren könnt ihr mich hier und ihr könnt mir auch einen daumen hoch hoch geben wenn euch das video trotzdem gefallen hat und ich würde mich freuen wenn wir uns das nächste mal wieder sehen bis dann eure michi